Hey, ja, ist der Stuppe? Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung, die ihr spielts und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen rumgeklettert, einen Vorsprung hoch und sind da oben angekommen und haben damit jetzt unser nächstes Training erreicht. War relativ schnell vorbei, aber ja, so ist das jetzt momentan. Hab ja gesagt, es gibt sicherlich demnächst längere Folgen. Um aus dem Stand zu springen, drücke die Taste A, bewege den Mini-Stick links, dann schnell nach vorne und halte ihn fest. Drücke die Taste A mal weiterzumachen. Drücke die Taste, schalte Mini-Stick A, dann nach vorne, um nach vorne zu springen. Hä? Drücke die Taste A, dann schalte Mini-Stick nach vorne, um nach vorne zu springen, oder? Sehr gut! Ja, das ging doch schnell, das ging doch gut. Damit Rama nach einem Vorsprung greift, während er durch die Luft fliegt, richtet die Kamera darauf aus und bewege den Mini-Stick links nach vorne. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Springe über den Spalt, drücke den Mini-Stick links nach vorne und halte ihn fest. Das ist voll nix. Tja. Das hat nicht so hingehauen, hä? Das muss heiß jemanden mal am Nord machen. Hat nicht so ganz geklappt diesmal. Jetzt ist er im Weg hier. Jetzt geht's besser. Ja! Sehr gut! Ja! So geht's besser! Rama springt höher, wenn er gerade nach oben springt. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Springe gerade nach oben und während Rama in der Luft ist, bewege den Mini-Stick links nach vorne, um nach dem Vorsprung oben zu greifen. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Drücke die Taste A, halte den Mini-Stick links in der neutralen Position und bewege ihn dann nach vorne, sobald du abgesprungen bist. Okay. Ja. So. Es geht schon. Gut gemacht! Das ging gut. Das ging gut, würde ich sagen. Okay. Ja. Haben das Klettertraining erreicht. Das heißt, beim nächsten Mal geht's dann hier entsprechend weiter. Ja. Ja. Den Text lese ich den Mann nicht vor. Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Das war jetzt wieder eine ganz kurze Folge. Nur mit einem Sprung. Ja, mit einem. Ja. Mit zwei Sprüngen, ne? Eigentlich. Oder drei Sprüngen. Genau betrachtet. Zwei darüber. Gut. Dann nochmal wiederholt. Und einmal nach oben. Aber das war es trotzdem schon wieder. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß gehabt. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, falls ihr wissen wollt, wann und wie es weitergeht. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.